Wie ich mir die Nummer der Auskunft merke? Ganz einfach. Mit 11 wurde ich eingeschult. Für jede Sendung brauche ich mindestens 88 Karten. Aber dafür gibt es in der nächsten Sendung 0 Verbrecher. Ähm, Versprecher. 11 88 0, die Auskunft für Deutschland. Telegate. 11 88 0, da werden Sie geholfen.